So, ich würde sagen, als allererstes ziehen wir uns jetzt tatsächlich erstmal an. Und wir müssen heute noch zum Friseur, ne? Wir müssen unbedingt die Perücke noch abnehmen. Heute eigentlich sehr viel vor. Warte. So, bap. Ja, das sollte man vielleicht erstmal aufmachen, das wäre ganz gut. Och scheiße jetzt hier. Ich bin nahe, alle Männer, die sich einfach so komplett einmal umdrehen können. Es geht jetzt zwar hier auch auf... Als Frau geht man halt immer diesen Schritt nach vorne. Das ist voll doof. So. Ich habe übrigens gestern noch ein bisschen sortiert. Das habe ich auch noch gemacht. Warte. Ja. Ist auf Dauer, ist das halt blöd, aber... So. Hypetrain. Ach, das war ein Hypetrain. Oh, cool. Danke, alle, die am Hypetrain mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ushi Glasne sollte niemals... Also der Charakter sollte wirklich gelöscht werden. Niemals sollte der... Sollte der auf dem Server irgendwann mal zu sehen sein. Das ist ganz furchtbar, ey. Ja. Gucken wir mal eben. Wir haben ja auch diese neuen Hosen, ne? Hä? Warte mal. Hä? Wie geil sieht das denn aus? Entschuldigung. Wie gut sieht das denn bitte aus? Larry? Larry, guck mal. Hä? Okay, äh... Ja, geil. Okay, das ist ja sehr cool. Hier erfreue ich mich schon wieder voll. Warum ist das so neblig drin? Warte mal eben. Ganz komisch. Irgendwie verneblich. Boah. Ist das geil. Ist das geil. Boah, ich liebe die neue... Also... Ne, die... Zumindest der Server jetzt gerade ist. Ich liebe es. So viele Neuerungen in so kurzer Zeit. Und alles so geil. Diese ganzen Kleinigkeiten. Wie diese... Das Backpulver jetzt in der Schüssel ist. Das habe ich wirklich so... Dennis gesagt. Wie cool ich das einfach finde. Auch wenn es halt nur so voll die banale Kleinigkeit ist. Fand ich es halt viel realistischer, dass es in der Schüssel ist. Anstatt diese Grafik, wo einfach halt nur so... Pulver ist. Wo es auch aussehen könnte wie Koks. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, so. Weiße Naht in der Hose. Ich fühle dieses Outfit so sehr... Boah, ich muss da auf jeden Fall... Ach, weil es hell ist. Es ist jetzt wieder diese komischen... Naja, das wird gleich besser. Wenn es dunkel ist, ist es wieder knackiger. Warum? Ich immer. So, Schuhe. Mensch. Ich brauche auf jeden Fall andere High Heels, ne? Werden wir da die Größte sein. Soll ich Sicherheitszahlen mal Ballerinas mitnehmen vielleicht? Ne, ich lasse die jetzt erstmal hier. Ach ja, das Umziek-Counterboard ist eigentlich schon viel. Oh mein Gott. Ach Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Dieser Arsch ist einfach legendär. Ich kann nichts. Ohne Scheiß. Da läuft wieder Sammer im Mund zusammen. Ich will da einfach so richtig hart reinbeißen, Ariane. Tut mir leid. Ich will dir Schmerzen zufügen. Ich drehe einfach durch bei diesen Hintern. Boah. Huh. Gut. Ähm. Der schönste Arsch, die ganz lustig ist. Das. So. Ach, das ist die, die wir im Binko-Scan gelernt haben. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oma, Philipp. Du bist da heute gegen 20 Uhr. Oh. Da müssen wir Dating noch zurückschreiben. Ich gucke jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, Herr Musker hat uns übrigens geschrieben. Da will ich auf jeden Fall noch zurückschreiben. Auf jeden Fall. Ähm. Herr Helmut. Äh. Larry Skinner. So. Achso. Äh. Larry habe ich ja auch nochmal geschrieben. Hat ich ja im Stream erzählt. Wir antworten noch auf die ganzen Sachen. Jetzt muss ich aber erstmal kurz auf Ventu. Ach, das. Äh. Stimmt, das ist. Okay, der richtige Mensch. Der richtige Modus ist. Okay, der richtige Modus ist noch da. Guckt mal, Leute. Warte mal. Oh Gott. Dark Moon kommt wahrscheinlich noch. Aber guck mal, wie geil ist das denn? Wie geil ist bitte das denn? Diese kleinen Änderungen einfach, die so einfach so geil sind. Oh mein Gott. Ich liebe es so sehr. Ariane Barnes. Boah, ich liebe es so sehr. So. Ähm. Maze Bank Arena müssen wir. Guck mal. 5.000 Dollar kann man gewinnen, ey. Kentucky 1, 2, 3. Ich möchte nicht teilnehmen, aber zugucken. Ja, Public Viewing. Ja. Ein bisschen kürzer auf Venture. Mal schauen, ich nehme mal da drauf. Weil die Sachen hatte ich ja alle schon gelesen. Wichtige Information. Ah. Ladies and gentlemen, wir möchten auch hinweisen, dass der Andrang bei der Maze Banken immens sein wird. Deshalb bitten wir, dass ihr eure Autos im Stadtpark oder in der Nähe eines Parkhauses stellt und einen Shuttle Service nutzt. Die ersten, musst du fahren ab... Nein. Ich wollte eigentlich wirklich mit dem Auto fahren. Ich bin mir nicht sicher, dass der Andrang bei der Maze Banken immens sein wird. Äh. Ja. Mal gucken. Jetzt haben wir den Abendstabteil an einer Aftershow-Party. Wir informieren. Ich bin jetzt durch die Teilnehmer. Können vor Ort. Ja. Das ist halt das Problem. Bedenkt, die Tickets kosten 25 Dollar. Wir müssen also noch... Zieht euch schick an und lächelt in die Kamera. Scheiße, schick. Schick. Oh, ich will die Hose anziehen. Boah, Aftershow-Party. Boah, ich würde auf jeden Fall ein Meet & Greet mit der Jury haben. Hier, äh. Ich weiß ja schon, wem der Charakter gehört. The Weekend. Ja, gut. Okay. Das ist natürlich... Das ist über kurz in meine Maze. Gucken. Das ist gerade wichtig. Ah ja, hier. Also erstmal hier, äh, Oma. Das... Da ist ja... Da muss ich ja... Da sollte ich ja nur kurz was ändern. Hier, äh. Um Abend gerade rum wird gebeten. Dann ist der Ort. Und das hier war ja eigentlich schon alles richtig. Doch, das müsste eigentlich alles richtig sein. Ah, die Weekly Scout. Wir lesen das nochmal ganz in Ruhe hier, Gamble. So voll, voll, ähm... Entschuldigung. Voller Elan. So. Henker. Alter, dieser Charakter, ne? Ist so ätzend. Guck mal, die N. So, Moment. Walter weiß. Alter, wie der ausholt. Ja, aber echt, ne? Guck mal hier. Kochschule erhält keine Lizenz. Die OL verweigert Lizenz trotz Bedarf und Nährstand. Das ist von Pam. Das ist ja das... Also da möchte ich mich mitbeschweren. Ich glaube das jetzt hier alles. Was geht bei Knussmann wirklich vor? Sicherheitskräfte, Platzverweise, Polizeiknüppel und Betonmischer. Warum steht der eigentlich immer so energisch, ey? Sieht so der Eingang zu den geheimen Bunkeranlagen des Knussmanns aus. Wir lesen das da alles ganz in Ruhe, ne? Betonmischer vor dem Holzbau. U-Boot mit Wurstwasserantrieb. Knussmanns Restaurant. Verborgener Zechenaufzug. Verborgener. Verborgener Zechenaufzug. Grenze BRT. Unter Wasserschleuse in Bunkeranlage. Hä? Was? Wir lesen das da alles ganz in Ruhe. Wie gesagt, ne? Das finde ich übrigens voll geil. Brennpunkt Frauenrechte, ne? Alltäglicher Sexismus. Die weibliche Mitarbeiterin des LSPD muss auf der Rückbank Platz nehmen. Die Männer sitzen vorn. Warte. Sie ist nur Beifahrerin. Er fährt. First Lady Marshal läuft devot hinterher. She-Wolf-Police weiß und, ähm... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was das Wort heißt für mich. Entschuldigung. Carsten läuft voraus. Du wirst nicht spät da einfach. Polygamie im LSPD. Walter Weiss stellt seine neue Nebenfrau Barnes aus dem Harem vor. Bevor ich die Fotos mache, lese ich mal. Es waren Jagdszenen, wie man sie vor dem PD eigentlich nicht sehen möchte. Walter Weiss nutzt einen Augenblick am Rande eines Gesprächs mit Weekly Scout, um seine neue Nebenfrau Barnes vorzustellen. Unmöglich für sie, über die andauernden Demütigung durch den Präsidenten unserer lateinamerikanischen Bananenrepublik zu sprechen, ergriff sie augenblicklich die Flucht vor ihm. Flankiert von Sicherheitsleuten, ähm, wurde sie in einen dunklen, vermutlich gepanzerten Geländewagen von Daisy gebracht. Ich muss Daisy Bescheid sagen in der Zeitung auf jeden Fall. Und, ähm, konnte aus der, äh, sie vollkommen überforderten Situation zum Glück entkommen. Was mag in diesen armen, göttlichen Wesen wohl vorgehen? Ausgeliefert dem mächtigsten Mann im Staate und dabei allein und wehrlos wie ein verwundbares Rehkitz. Frau Barnes stellt sich ihren Schicksal exemplarisch für dutzende Frauen aus Weißharem. Sie müssen ihm zur Stelle sein, wann immer er es will, und vor der Presse führt er sie als bemitleidenswerte Geschöpfe allzu oft vor, als seien sie Trophäen. Ich muss sagen, bis jetzt ist tatsächlich vieles, vieles entspricht der Wahrheit. Erst vor wenigen Tagen hatte Walter Weiss eine andere Nebenfrau mit dem Codenamen Marshmallow vorgestellt. Auch sie wirkte verängstigt und überfordert. Sie sind betroffen von Walter Weiss Unterdrückung von Frauen und können aus erster Hand berichten. Dann wenden Sie sich bitte an die Redaktion des Weekly Scouts. Ohne Scheiß, die kurze Überlegung. Ariane hat ja in letzter Zeit Scheiße gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen kann. Ich hab echt überlegt, so, ich will nicht erkannt werden, ne? Ich will nicht, äh, erkannt werden, äh, dass sie so schwarze Balken drum machen und dann zu erzählen, weil das ist nämlich die Wahrheit, dass als ich eine Zeugin, ähm, genannt habe, nämlich die Oma von der Bar, die gesehen hat, dass, ähm, Ariane ja alleine, nicht so wie ihr vorgeworfen in einer Gruppe das rumgezählt hat, sondern alleine mit dem Sack geredet hat, dass sie von Walter Weiss nur ausgelacht wurde. Ich überlege immer noch, dass, ich überlege halt immer noch. Und das Problem ist, wenn Ariane das Kind sagt, ist, nein, das solltest du nicht tun. Du bist doch viel mehr als das. Achso, ich überlege das, ich überlege einfach nur. Lass mir das mal ein bisschen offen. Jetzt kommen die Fotos. Nimm Frau Barnes, fährt ihm von dunkelten SUV ab, vermutlich zum Haarensgebäude des Präsidenten. Guck mal mit dem Hut. Mit diesem beschissenen Hut von... Daisy, was tust du einfach? Daisy hat einfach voll viel damit zu tun, ey. Oh, wie geil, ey. Oh. Das ist, ey, ich überlege mir diesen Abschnitt so hart, ne. Ich wollte eigentlich gar keinen RP mit der Henke haben, weil ich den so anstrengend finde, aber es ist einfach zu gut. Es ist so gut geschrieben, ne. Also diese Zeitung ist einfach, boah, wie ein Promi. Ja, wirklich, ne. Also auch dieser Zusammenschnitt hier, es ist sehr cool gemacht. Es ist so gut, ey. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, guck mal hier. Rockstar Foley mit Protestaktion vor dem PD. Dem System vor die Tür geschissen. Und dann habe ich da so einen Kackhaufen reingeschockt. Policing the police spenden an. Ey, wir müssen uns das alles nochmal ganz in Ruhe irgendwie durchgucken. Hier, so, so würde ich gerne auch. Das hat die Aussage gemacht. Ah, geil. Oh, dann kriegen wir halt, ich weiß, wir kriegen halt dann auf mehrere, also der weiter weiß, wird uns natürlich erkennen wieder. Ihr kennt das ja, ne. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, ich entkomme so gar keinen Sachen, ne. Der würde uns dann erkennen. Aber Ariane könnte sich halt komplett verändern, nur für dieses eine Foto, auch nochmal eine andere Perücke und sowas. Alles, das hatte ich halt so ein bisschen überlegt. Ähm. Naja, das machen wir, das machen wir alles noch. Und Schablone zum Ausschneiden hier. Irgendwie Pfanne, Griffabsehen, LSPD. Und dann hier irgendwas mit dem BH. Das ist so bescheuend. Gleichstellungsbeauftragte in Festanstellung. Sexismusbeauftragte. Alter, es ist so gut einfach, es ist so gut. Und guck mal, wenn du hier 1600 Dollar, ne, kannst du hier eine Werbung schalten. Da habe ich überlegt, wenn irgendwie Ariane was aufmachen würde, ich glaube, das wäre es mir sogar wert. Das ist so geil, ey. Okay. Also, ich glaube, die Oberbau, wahrscheinlich nochmal die Grafiken größer. Schade, dass Bennys so ein unseriöses Unternehmen ist. Oh nein. Dass jemand Hausverbot bei Bennys gekriegt hat bei der Tuning-Werkstatt. Cooles Foto. Ich muss jetzt wirklich los. So, man soll sie schick machen. Ist das zu wild? Ist das zu wild vielleicht? Wenn das echt so ein Dresscode ist, müssten wir eigentlich wirklich was anderes anziehen, ne? Warte mal eben. Das heißt nicht, dass ich das heute nicht anziehen werde, aber ich überlege gerade. Ich würde natürlich diesem Dresscode folgen. Code. Wir überlegen, mal ein bisschen Abwechslung noch reinzubringen. Sah doch schick aus. War ein bisschen zu wild, glaube ich. Ich kann auch natürlich in den kompletten Schwarz gehen. Das passt ja relativ gut zusammen da mit unserer schwarzen Kette. Fährt noch unsere Kette. Fährt leider noch unsere Kette. Warte mal eben. Ich probiere mal kurz ein bisschen aus. Ein bisschen was will ich natürlich schon. Sieht aus süß, ne? Ich finde, das sieht immer noch voll cool aus. Ich weiß nicht warum. Nicht so arianemäßig, aber es sieht irgendwie sehr cool aus. Leute, let's go. Ja, vielleicht nehmen wir einfach erst mal Blümchenmuster. Und dann brauchen wir dazu halt noch unsere Kette vielleicht. Ich würde eigentlich schon gerne mit Corsage und Leggings gehen. Das sieht gut aus. Jetzt sind wir nicht zu wild. Ich würde mich aber heute noch umziehen gehen, ne? Okay, Moment. Hey, Fee, kannst du mir vielleicht noch schnell meine Kette vorbeibringen? Oder bist du, bist du gerade im Dienst? Jetzt würde es ja wirklich, dass man Handys da aushaben muss, ne? Die Uhr haben wir. Ach, Scheiße. Essen, essen, trinken. Hupala. So, essen, trinken, dann nehmen wir mal zweimal Wasser mit. Oder vielleicht sogar dreimal Wasser. Hopp. Ja, und vielleicht zwei Teller Spaghetti Bolognese. Und zwei Schokoladen. Einfach neue Kette kaufen. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, unser Nachbar meldet sich noch. Oder er ist gestorben, weil er den Preis gesehen hat. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das Lied ein bisschen nostalgisch, als es am Anfang von einem RP immer lief. Oh, stimmt. Ich muss das gleich aber noch ein Stückchen leiser machen, damit ich die Charaktere hier auch höre. So, wisst ihr, was ich übrigens gestern gesehen habe? Okay, jetzt ist es noch ein bisschen verschoben. Warte. Denn Ray hat uns geschrieben, unsere Nachbarin. Ray, wo bist du? Wo bist du? Die haben wir nämlich gestern, habe ich auch gestern zurückgeschrieben. Ähm, mh. Ähm, ich glaube, der Wagen von deinem Freund wurde gerade abgeschleppt. Bin eben vorbeigefallen und da stand Polizei und Abschleppdienst. Okay, never mind. Die haben den Wagen nur von der Straße gestellt. Also, der war wohl irgendwie mitten auf der Straße, denke ich mal. Gerade geschaut. Da habe ich geschrieben, äh, okay, vielen Dank fürs Bescheid sagen, Ray. Ja, ich glaube, diesen Blatt nicht. Da ging es doch um Wikiscount, ne? Hat sie natürlich wieder mitgekriegt hier. Jetzt steht er im... ... ... ...